Liebe Scientology-Gemeinde Stuttgart, eure so schnell wachsende, in Anführungsstrichen Religion scheint ja ziemlich gut voran zu kommen, auf der Like-Page dann zwei Likes zu haben ist echt nicht schlecht. Wahnsinn wie schnell ihr am Wachsen seid. Wir hoffen ihr seht endlich ein, dass das Internet nicht der richtige Ort für euch ist, aber leider sind wir ja auch auf den Straßen vorzufinden wenn ihr da seid. Die Art und Weise wie ihr die Menschen ausnehmt und euch als Religion tarnt ist mehr als dreist, aber merkt euch eines. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. We are the final boss of the Internet. Expect us.